Denn der, meine Damen und Herren, will natürlich wieder auf den Stockerl, denn er hat sich letztes Mal in den 1. Platz geschnappt und seine Zeit war jetzt 12,18. Also ganz, ganz knapp. Und das will er es wissen, ist ein bisschen BMX gegen Sörther, hier. Und kommt hier Richtung Finischlein und Ruhrmann Nr. 2 im 2. Durchfall, was er jetzt hat im Ziel.